Nicht ohne Risiko, das ist der Aufstieg! Und Marc Petric, beide Tore nach Komplettaussetzung. Zunächst Medite Pietrojpa, Chelsea, jetzt Schirrkow, den HSV. Und Marc Petric ist ein Mann, der solche Situationen erschnuppert. Und der die Fähigkeit hat, sie umzusetzen. Schirrkow mit einem viel zu laschen Rückpass. Turnbull brauchte auch ein bisschen lange, aber da darf der Abwehrspieler niemals hinspielen. Der Keeper war ja überhaupt nicht bereit, um da einen Ball aufzunehmen. Und ich denke, das ist okay. Der Fuß war weit oben von Petric, aber es war keine echte Gefährdung vorhanden. Auch wenn es echt knapp war. Grenzwertig aber, ich finde es okay, das laufen zu lassen. Und dann ¿ люд бah key sein, das ist gesurable? Und dann sein, das ist das, was sie jetzt so warm. Und dannst du mal auf dem Achpert, der Sprecher oder pause komplett in diejas fragrance. Und dann ist bei ...